Ihr hört einen Podcast von meinbezirk.at. Aus Liebe zur Region. Herzlich willkommen zur 74. Folge der Tiroler Stimmen. Mein Name ist Thomas Geindeder, ich bin Redakteur bei den Regionalmedien Tirol und ich darf meinen heutigen Gast, Barbara Baumgartner von den Rainbows Tirol, recht herzlich zum sozialen Gespräch begrüßen. Hallo Barbara, danke fürs Kommen. Hallo Thomas, danke für die Einladung. Barbara, ich will gleich anfangen mit den Rainbows. Viele werden sich fragen, was sind die Rainbows? Kannst du uns kurz erklären, was die Rainbows machen? Ja, also Rainbows ist eine soziale Vereinigung. Wir begleiten Kinder und Jugendliche nach Trennungsscheidung der Eltern, bei Tod von non-Bezugspersonen und seit neuestem bei psychischer Erkrankung von einem Elternteil. Also ihr kümmert euch um die Kinder. Woher kommt denn das Konzept der Rainbows? Das kommt ja nicht aus Österreich. Nein, vom Namen her hört man schon, es kommt aus den USA. Es ist 1983 von der Susi Yale in Chicago gegründet worden. Die war selbst Betroffene von Trennung ihres Partners und die hat drei Söhne gehabt. Und da ist dann aufgefallen, dass die Kinder eigentlich sehr darunter leiden unter der Trennung und dass es da überhaupt keine Unterstützung gibt für Kinder. Und aus dem heraus hat es sich, also aus dem eigenen Bedürfnis, dann gegründet, Kinder und Jugendliche nach Trennung und Scheidung oder eben auch nach einem Todesfall zu unterstützen. Und das ist dann 1991 durch Rudi Kutscherer, das war Jesuitenpater, nach Österreich gekommen. Und daher hat es dann zuerst einmal in Wien und in Graz die ersten Gruppen im Herbst 1991 gegeben für Kinder nach Trennung, Scheidung und Tod. Die haben es alle zusammengefasst, weil prinzipiell alle Kinder eigentlich gleich trauern, auch wenn es ein Todesfall oder Trennung, Scheidung ist. Wir müssen nur noch bald einmal drauf kommen, dass es doch nicht so ganz ideal ist, weil die einen sehen ihren Elternteil doch hoffentlich manchmal wieder oder meistens wieder und in einem Todesfall eben nicht und dann wurde das getrennt. Und in Tirol gibt es es seit 1993, also uns gibt es heuer 30 Jahre in Tirol. Ihr feiert es heuer Jubiläum quasi. Was ich mir noch gefragt habe, woher kommt denn der Name? Wie heißt es in Rainbows? Ja, es ist einfach der Regenbogen oder halt der Ausdruck der Hoffnung. Also es ist einfach, wann immer man Regenbogen sieht, dann ist immer so viel Hoffnung und Veränderung und Neubegehen. Also wenn es zuerst regnet und schlechtes Wetter ist und gewittert, dann meint man oft einmal, es ist so ganz, ganz schlimm und es geht überhaupt nicht weiter, es ist so dunkel. Und im nächsten Moment dann aber wieder, wenn dann die Sonne rauskommt und dann diesen prachtvollen Regenbogen sieht, eben Rainbow und weil es ja immer zwei sind, es sind ja immer zwei übereinander, heißt es eben Rainbows. Und daher sozusagen diesen Hoffnungsschimmer den Kindern mitzugeben, auch wenn viel Veränderung ist, auch wenn im Moment alles ganz, ganz dunkel und düster ausschaut. Wir sind da, wir unterstützen, wir geben Hilfe durch diese schwierige Zeit. Darum heißt es auch bei uns Kinder und Jugendliche in stürmischen Zeiten, so unser Untertitel, dass wir einfach da da sind für die Kinder, für diese emotional stürmischen Zeiten und danach, wenn es wieder besser ist, kommt eben die Sonne raus. Vielleicht gehen wir mal dahin, wie regieren denn Kinder auf Trennung? Womit seid ihr konfrontiert, wenn Familien oder halt wenn Eltern mit ihren Kindern zu euch kommen? Ja, ich meine, es hängt immer davon ab, wie die Eltern damit umgehen. Wenn die Eltern sehr vernünftig damit umgehen und das gut trennen können, diese Paarebene, die sich auflöst oder bereits aufgelöst hat und diese Elternebene, die ein Leben lang bestehen bleibt, dann geht es den Kindern auch in den allermeisten Fällen relativ gut. Und trotzdem ist es eine große Anpassungsleistung der Kinder, mit diesem neuen Familiensystem zurechtzukommen. Es ist einfach am Anfang, sie waren gewöhnt, ein Familiensystem zu haben und jetzt sind es dann im besten Fall zwei Familiensystemen, wo sie dazugehören. Und daher reagieren Kinder je nach Persönlichkeit meistens entweder mit eher ängstlichen, zurückhaltenden Gefühlen oder Verhaltensweisen und unauffällig oder sehr brav und angepasst, die werden oft einmal übersehen oder wenn sie recht extrovertiert sind, nach außen gehend mit Wut und Aggression. Und das sind irgendwie die, die man viel schneller sieht und wo man eher meint, dass sie Hilfe brauchen. Aber letztendlich brauchen eigentlich alle Kinder in solchen Situationen. Und wir sind mit allen Typen quasi beschäftigt. Ja, wir sind mit allen Kindern, mit allen Persönlichkeiten beschäftigt und jedes Kind ist uns gleich lieb. Also das ist einfach wichtig. Wir wissen, warum die Kinder, die auch so aggressiv sind, so handeln. Sie sind einfach nur überfordert in ihrer Situation. Und wenn die gesehen werden und wenn sie einmal auch ihre Wut ausdrücken dürfen, natürlich dürfen sie nicht gegen andere Kinder richten oder auch nicht gegen sich selber. Aber wenn sie lernen, mit dieser Wut umzugehen, aus Wut kann man ja auch, wenn man das weh, wenn man es in Großbuchstaben schreibt, Mut machen. Also sie sind sehr mutig. Wenn man ihnen das mitgibt, dass sie sehr mutig sind, dann können sie oft einmal auch ihr Verhalten besser regulieren. Ist das unterschiedlich? Unterscheidet sich das je nach Alter zum Beispiel oder vielleicht nach dem Geschlecht? Wie ist die Kinder darauf reagieren? Ja, tendenziell ist es schon eher so, dass Buben eher mit ihren Gefühlen nach außen gehen und Männer und Mädchen und Frauen eher nach innen gehen mit ihren Gefühlen. Das heißt, tendenziell eher weiblich besetzt ist eher das Ängstliche, Zurückhaltende und tendenziell männlich besetzt ist das Nach-Außen-Gehende, Aggressive. Ist aber wie gesagt nur eine Tendenz, weil wir sehen sowohl Buben, die eher ängstlich und zurückhaltend sind, wie Mädchen, die durchaus auch ordentlich Gas geben können. Ja. Wie viele Kinder betreut sie denn? Also letztes Jahr haben wir im Trennungs- und Scheidungsbereich 175 Kinder begleitet, tirolweit. Dann 144 Kinder bei einem Todesfall, also bereits vor Tod, wenn man sieht, dass jemand lebenslimitiert erkrankt ist, ein Mama oder Papa oder Oma oder Opa. Oder Geschwisterkind zum Beispiel. Das sind so die häufigsten Fälle, wo wir kontaktiert werden. Oder auch nach dem Tod erst, also es waren 144 Kinder und dann noch einmal 16 Kinder mit einem psychisch erkrankten Elternteil. Okay, also es gibt doch... Knapp 350 Kinder waren es. Doch einen sehr großen Bedarf. Ja, es wird ständig mehr, also es steigt wirklich jährlich. Das wollte ich fragen, ob es da einen erkennbaren Trend gibt. Ja, also im Trennung- und Scheidungsbereich haben wir so mit dem veränderten Familienrechtsgesetz 2013, das eingeführt worden ist, wo Eltern, die sich trennen, scheiden, so muss man sagen, die sich scheiden lassen, einvernehmlich, die haben einmal eine verpflichtende Beratung, die minderjährige Kinder haben. Da haben wir schon gesehen, dass eigentlich dann viele aufmerksam geworden sind, dass die Kinder vielleicht auch Hilfe brauchen, auch wenn es einvernehmlich ist, auch wenn es ohne Probleme ist. Daher haben wir da eigentlich dauerhaft einen hohen Stand, so bei den 170, 180 bis zu 200 Kinder jährlich. Und beim Trauerbereich merkt man schon in letzter Zeit und vor allem seit Corona, dass Familiensysteme, die das vorher vielleicht noch gut geschafft haben, wenn eine Oma oder Opa gestorben ist, mittlerweile so emotional am Limit ist, dass da wirklich ganz, ganz viel Hilfe in Anspruch genommen wird zusätzlich. Und das ist extrem gestiegen im letzten Jahr. Also wie gesagt, haben wir 144 Kinder gehabt. Und auch heuer haben wir jetzt schon mehr als 100 Kinder, die wir begleitet haben. Okay. Auf was lässt sich das zurückführen, dass da vor allem diese Hilfe mehr in Anspruch genommen wird? Ja, Kinder und Jugendliche sind seit dieser Pandemie wirklich psychisch wirklich deutlich mehr belastet. Und dadurch auch die Familiensysteme. Das war ganz eine große Herausforderung für die ganzen Familiensysteme, das alles daheim zu machen. Diesen Hausunterricht, die Kinder zu Hause behalten müssen, das alles daheim machen, die Kinder nicht raus dürfen. Das war alles so einschränkend, dass man gewusst hat, wenn die Pandemie vorbei ist, dass das erst hinterher hinken wird, die psychische Befindlichkeit der Kinder und Jugendlichen. Und das sehen wir jetzt ganz stark. Ihr habt ja Kinder aus verschiedenen Bereichen für euch. Ihr habt ein großes Angebot an unterschiedlicher Beratung, oder? Wie schaut das aus? Die Kinderbegleitung ist das eine, und das ist unser Schwerpunkt unserer Arbeit. Aber natürlich sind auch die Eltern und Bezugspersonen für uns ganz wichtig. Und daher machen wir auch in allen Begleitungen, die wir mit den Kindern haben, immer auch Elterngespräche oder Familienbezugsgespräche. Ebenso, wenn Kinder fremd untergebracht sind, dann halt mit Bezugsbetreuern. Und daher haben wir auch nicht nur diese Elternberatung, die wir ganz unabhängig von unseren Kinderbegleitungen anbieten, wo sich die Eltern jederzeit bei uns melden können, telefonisch oder auch online. Oder im Trauerbereich haben wir auch zum Beispiel mit dem Tiroler Hospizhaus ein Abkommen, dass wir da einmal im Monat einen Beratungsnachmittag machen, wo jeder, der sich mit Fragen rund um Kindertrauer beschäftigt, zu uns kostenlos kommen kann. Aber das kann man natürlich auch online oder telefonisch oder auch bei uns im Büro machen. Und zusätzlich machen wir auch diese Schulung für Fachpersonal, wie Kindergärtnerinnen, also Kindergartenpädagoginnen, Lehrerinnen, Lehrpersonen von sozialen Einrichtungen, Schulsozialarbeit. Also alle, die mit Kindern Hortmitarbeiterinnen, alle, die mit Kindern betraut sind, mit Begleitung von Kindern. Und das sind einfach unsere Schwerpunkte. Und da teilen wir gerne unser Wissen, weil natürlich können wir nicht alle Kinder begleiten. Und das braucht es letztendlich auch nicht, dass wirklich jedes Kind, das von Trennung, Scheidung, von Trauer oder von psychischer Erkrankung betroffen ist, also psychische Erkrankung eines Elternteils betroffen ist, muss es nicht immer automatisch, es sind automatische Indikationen, dass das Kind zu uns kommen müsste und wir könnten das auch gar nicht abdecken. Also Kindergartenpädagoginnen sind ja auch meistens, wie würde man sagen, wichtige Bezugspersonen, oder? Genau. Die dann auch helfen können, oder? Genau, es sind ganz, ganz wichtige Bezugspersonen. Und wenn Kindergartenpädagoginnen bei uns melden oder Lehrerinnen, dann ist es so, dass wir diese Lehrpersonen, diese Pädagoginnen schulen, mit ihrem bereits großen Wissen, das sie haben, können sie das super gut umsetzen. Und sie sind viel wichtiger als neue Bezugspersonen, wie wenn jetzt da eine fremde Person von außen wir dazukommen würden. Wenn es eine längerefristige Begleitung ist für das Kind, dann ist es schon besser, dass die Kinder dann direkt zu uns auch kommen. Aber wir haben zum Beispiel jetzt in Osttirol gehabt, dass eine Lehrerin plötzlich durch einen Unfall verstorben ist, jetzt war die ganze Schule, ist auf dem Kopf gestanden. Es war einfach emotional total belastend für alle. Da ist die Kollegin in die Schule reingegangen, hat die Lehrpersonen gecoacht, hat dann auch mit der Klasse, die die Kinder von der Lehrerin waren, insgesamt was gemacht, weil die einfach so direkt betroffen waren. Aber normalerweise halten wir uns da eher ein bisschen zurück und versuchen, die Personen vor Ort zu unterstützen. Das ist eine sehr umfassende Tätigkeit eigentlich. Ja, sehr vielfältig und umfassend, aber wirklich schön und erfüllende Tätigkeit, obwohl es sehr schwierige, traurige Themen sind. Aber die Kinder sind ja so positiv und so anpassungsfähig und daher braucht man sich auch unserer Begleitung jetzt nicht so vorstellen, dass das ein Gespräch wie Erwachsene ist und dass das dann immer als traurig und schwierig ist, sondern mit ganz viel Spiel, Spaß, einfach malen, kreative Methoden, körperzentrierte Methoden, sodass die Kinder da immer sehr befreit und wirklich auch erleichtert rausgehen und sich wieder auf die nächsten Stunden freuen. Kannst du uns da mal mitnehmen, wie so etwas abläuft, wenn Kinder bei euch sind? Ja. Was passiert da? Ja, am Anfang, also wenn man jetzt einmal so eine Gruppenstunde hernimmt, am Anfang, in der allerersten Stunde ist ja Kennenlernen. Die Kinder sind alle untereinander im Normalfall, dass sie sich nicht kennen. Das sind vier bis maximal sechs Kinder pro Gruppe, im Durchschnitt so vier, fünf Kinder im gleichen Alter und eine Gruppenleiter in, also wir haben zwei Kollegen, der Rest sind alles Frauen, also mehr weiblich besetzt unsere Mitarbeiterinnen, aber wir haben eben auch zwei Männer, wo wir ganz froh sind, vielleicht auch zusätzlich noch ein bisschen mehr kriegen. Und dann ist es am Anfang so ein Kennenlernen, einfach ein Vertrautwerden mit der neuen Situation, mit den fremden Kindern. Und wenn man sich da so eine Stunde hernimmt, dann ist das am Anfang immer so ein Einkommen-Willkommensritual, Kinder mögen Rituale, das ist vertraut, das ist bekannt, da sitzt man sich zum Beispiel alle gemeinsam auf dem Boden, dann sagt man gemeinsam einen Willkommensspruch, zum Beispiel Willkommen bei Rainbows, und dann wirft man bunte Tücher zum Beispiel in die Luft bei kleineren Kindern, die mögen das ganz gerne. Und dann geht man ins Thema rein, dann gibt es einen Hauptteil, sozusagen um was geht es denn heute. Und das ist dann wieder aufgegliedert, da wird immer was gespielt, also da wird immer das Thema spielerisch eingeführt. Aber dann, wenn dann der erste Impuls heraus ist, die Kinder wissen, um was es geht, dann wird auch das versucht in Worte zu fassen, weil es uns ganz wichtig ist, dass wir den Kindern auch Worte geben können. Weil wenn Kinder keine Worte für das haben, wie es ihnen psychisch, gefühlsmäßig geht, dann regieren sie oft sehr körperlich mit Bauchschmerzen, das ist so ganz klassisch. Okay. Was sind so psychische Probleme, die die Kinder erleben oder haben? Sind das oft Schuldgefühle oder sowas? Das ist so das, was mir jetzt so erstens einfallen. Genau. Kinder haben ganz oft, wenn sie sehr jung sind und nur so denken, sie sind der Nabel der Welt, so fünf bis sieben Jahre, sind sie sehr auf sich selber bezogen. Und da glauben sie, sie haben immer Schuld dran. Also wenn sie jetzt nicht das Zimmer aufgeräumt haben, wenn sie nicht aufgesst haben, wenn sie nicht brav waren, dann glauben sie, Mama und Papa haben sich getrennt zum Beispiel. Oder ist der Papa gestorben? Oder ist die Mama gestorben? Also das ist so ganz fest das Alter, wo die Kinder das ganz fest auf sich beziehen. Aber auch im Jugendalter ist es so, dass oft Schuldgefühle dabei sind, weil in der Phase, wo wir uns loslösen müssen von unseren Bezugspersonen, gibt es einfach ganz viele Reibereien mit unseren Bezugspersonen. Und da ist natürlich ganz oft, dass dann auch heftige Diskussionen sind und vielleicht auch Worte fallen, wie du machst mich krank und dergleichen. Und das beziehen natürlich Jugendliche und wissen, dass sie da auch einen Teil der Verantwortung sozusagen haben. Aber das ist immer nur fiktive Schuld. Das ist niemals eine reale Schuld. Das ist das, was sie für sich selber abgespeichert haben. Und diese Schuld muss man aufnehmen, muss man wahrnehmen und muss man dann ein Stück weit transformieren. Weil wie gesagt, das ist fiktiv und nicht real. Weil die Mama niemals stirbt an dem, dass der Sohn jetzt irgendwie… Nicht aufgesst hat oder so. Zum Beispiel, ja. Wie sehr spielt das dann eine Rolle, wenn… Weil du sagst, es gibt natürlich auch Scheidungen, wo man diese beiden Ebenen trennt und wo das, wie soll man sagen, relativ harmonisch funktioniert vielleicht. Und dann gibt es wahrscheinlich Scheidungen, wo das überhaupt nicht der Fall ist oder was wahrscheinlich ziemlich wild zugeht. Ja. Wie ist das? Natürlich sind jene Kinder, die in behüteteren Verhältnissen sozusagen die Scheidung erleben, wo die Eltern gut zugewandt auf die Kinder schauen, zumeist weniger belastet wie jene Kinder, wo es schwierig ist zwischen den Eltern. Trotzdem hängt es auch immer ein Stück weit von der Persönlichkeit ab, des Kindes, des Jugendlichen und seinen Ressourcen mit neuen Situationen umgehen zu können. Also man kann nie sagen, nur weil die Eltern das jetzt super gut gemacht haben, muss das auch automatisch gut beim Kind funktionieren. Ja, der geht anders mit Veränderungen um, oder? Genau. Aller Wahrscheinlichkeit wird es gut funktionieren, aber es kann einfach auch sein, dass das Kind trotzdem extrem trauert um diese Familiensituation. Dass es trotzdem extrem wieder unter Trennungsängsten leidet. Wenn es schon Können hat, zum Beispiel alleine im Kindergarten sein oder auch in die Schule gehen, kann es sein, dass es plötzlich wieder ein Stück weit sich zurückentwickelt in seiner psychischen, emotionalen Entwicklung. Und wir sagen da, regrediert, also auf ein niedriges Entwicklungsniveau zurückgleitet, um da wieder Sicherheit hat und aufzudanken. Das ist einfach ein Kind, das schon gut in den Kindergarten gehen konnte, plötzlich dann wieder bei der Türe, dann fest an die Mama klammert und Angst hat, dass die Mama nicht mehr wiederkommen könnte. Weil es einfach weiß, der Papa ist auch gegangen. Und das könnte ja mit der Mama auch passieren. Auch wenn der Papa regelmäßig kommt, aber das Kind kann einfach so reagieren oder wieder einnässen anfängt. Aber das ist ganz eine normale Reaktion und darf sein und muss einfach aufgenommen werden wie damals, wo es noch jünger war und ihm die Sicherheit gegeben werden und dann holt es das eh schnell wieder auf. Ah, okay. Ein Gedanke, den ich jetzt auch noch gehabt habe, man sagt immer, gemeinsam ist man stärker, oder? Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso es Gruppen gibt, nehme ich an. Wie schaut es denn eigentlich bei Einzelkindern aus? Haben die es schwieriger oder das? Auch das kann man jetzt nicht so pauschal beantworten. Es hängt auch wieder von dem ab, sind die Kinder als Einzelkinder gut sozial integriert mit anderen Kindern? Haben sie Freundinnen, Freunde? Sind da Cousinen, Cousins da, die vielleicht das ein Stück weit abfedern, dass keine Geschwisterkinder da sind? Aber natürlich, wenn man sich das jetzt so klassisch vorstellt, Mama, Papa und ein Kind, natürlich hat es dann kein Geschwisterkind, mit dem es das Gleiche teilt. Aber es kann ja auch ein Vorteil sein, weil dann die Zeit sich vielleicht dann nicht aufteilen muss auf zwei Kinder oder drei Kinder. Und die Mama oder der Papa dann vielleicht trotzdem mehr Zeit hat. Also man kann das alles nicht so pauschal beurteilen. Und trotzdem sieht man natürlich schon Tendenzen, dass Kinder, die Geschwisterkinder haben, sich nicht so ganz alleine fühlen und ausgesetzt fühlen, wie Kinder, die halt keine Geschwisterkinder haben. Aber das kann jetzt auch ein Hund oder eine Katze zum Beispiel oder sonst ein Haustier sein, was da ein Stück weit was abfedert. Weil du ja angesprochen hast, ihr beschäftigt euch ja auch mit den Eltern. Um was geht es dann da? Geht es dann auch darum, dass man diese zwei Ebenen voneinander trennt? Oder ist das auch ein Stück weit eine psychische Beratung? Ja, also es ist natürlich eine Erziehungsberatung, unter Anführungszeichen. Also nicht, weil die Eltern nicht erziehungsfähig werden, sondern weil es eine neue Situation ist für sie, mit der Situation neu umgehen zu lernen. Und da ist fest der Fokus drauf, dass sie ein Leben lang Eltern bleiben. Und auch wenn sie sich trennen, scheiden, ihnen das bewusst sein muss, dass hoffentlich die Kinder sie überleben und sie daher über die Kinder ein Leben lang miteinander verbunden bleiben. Ja, ja. Und wenn man diese Elternebene da gut stärkt, also wir vergleichen das gern in unseren Beratungen auch mit einer emotionalen Brücke, die die Eltern miteinander verbindet, wenn diese wie eine Hängebrücke, kann man sich das vorstellen? Und das ist prinzipiell für ein Kind, wenn es klein ist oder wenn es eher ängstlich ist zum Beispiel, schwierig über eine Hängebrücke zu gehen. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, es scheint die Sonne, dann geht das vielleicht leicht und die einzelnen Abschnitte gut miteinander verbunden sind. Wenn da aber vielleicht einzelne Stücke fehlen oder wenn da der Wind und Wetter, Eis und Schnee oder Nebel ist, dann weiß man, dass das nicht so lustig ist, da hinüber zu gehen. Und so ähnlich ist es dann auch für Kinder, wenn die Eltern sehr fest streiten und die Kinder fest in diesem Loyalitätskonflikt dann zwischen Mama und Papa drinstecken, dass sie dann oft den Schritt zum anderen gar nicht mehr schaffen, aber nicht, weil sie den anderen nicht lieb hätten, sondern weil sie da einfach diese Brücke nicht mehr schaffen. Und da müssen sie bei einem bleiben, wo sie ein Stück weit gefühlt mehr Sicherheit haben. Ja, das sollte nicht der Fall sein. Das sollte nicht der Fall sein, genau. Wie lange sind denn die Kinder bei euch in Betreuung? Also diese Gruppen, das sind zwölf Gruppentermine. Für die kleineren Kinder im Vorschulalter sind es eine Stunde und für die älteren Kinder sind es dann eineinhalb Stunden und für die Jugendlichen sind es überhaupt, da sind wir flexibler, weil die Jugendlichen das nicht so mögen, diese regelmäßigen Termine wöchentlich, sondern da machen wir dann mit ihnen so sieben bis acht Treffen und dann eher länger, weil wenn sie einmal in einem Thema drin sind, dann wollen sie gerne im Thema bleiben. Aber letztendlich dauert so eine Begleitung circa drei Monate, drei bis vier Monate, wo die Kinder bei uns mit Begleitung sind, mit diesen gemeinsamen Elterngesprächen, die eben auch ganz wichtig sind und die wir bei der Gruppe für die Kinder auch in Gruppenelterngesprächen machen. Also das sind, wenn sie wünschen, auch Einzelgespräche möglich, aber uns ist auch wichtig, diese Elterngruppe zu stärken, weil es nicht um das einzelne Verhalten des einzelnen Kindes geht. Das kriegen die Eltern sowieso nicht gesagt. Die Gruppe ist da eine Möglichkeit für die Kinder, da wirklich auch einmal vielleicht über Mama oder Papa etwas zu sagen, was sie vielleicht sonst nicht sagen wollen, um das einfach einmal loszuwerden. Aber nicht, weil sie Mama oder Papa nicht mögen, sondern einfach, weil sie es belastet. Und oft ist es, wenn man etwas ausspricht und wenn man einmal darüber schimpft, einfach schon leichter. Und das raten wir auch Eltern an, wenn sie über Mama oder Papa wechselseitig schimpfen, dann nicht gleich mitschimpfen, weil das wird das Kind wieder in dem Anteil von Mama oder Papa verletzen, sondern die wollen einfach einmal nur etwas loswerden. Und wenn sie das losgeworden sind, dann geht es ja auch leichter. Also von dem her ist es einfach für die Kinder fein, einfach da mal etwas loszunahmen. Können die Kinder aus dem gemeinsamen Erfahrungsschapfen? Ja, ja, ja. Das ist eben das, was du es erst angesprochen hast, so das Gruppengefüge oder System. Das ist das, was die Kinder total schützt und auch stärkt. Sie müssen nicht unbedingt etwas sagen, weil jetzt wenn Kinder eher so ein bisschen ängstlich und zurückhaltend sind, dann mögen sie am Anfang vielleicht überhaupt nichts sagen. Wir fragen als Gruppenleiterin natürlich jedes Kind, wie das selber das erlebt oder was es dazu sagen möchte. Aber es gibt am Anfang auch Kinder, die gar nichts sagen wollen. Und das ist der schützende Teil der Gruppe. Aber gleichzeitig das Unterstützende zu sehen, naja, dem geht es eigentlich auch nicht ganz so viel besser. Oder dem kann ich vielleicht helfen, weil da weiß ich wieder, wie ich mich da in der Situation verhalte. Das ist so das gegenseitige Stützen, Stärken, Unterstützen und Lernen voneinander. Und das sind ja Kinder gewöhnt und darum mögen sie die Gruppe auch so gern. Barbara, ihr kümmert euch ja eben nicht nur um Kinder, die von Scheidung oder Trennung betroffen sind, sondern auch um Kinder, die am Tod von Elternteilen oder nahen Verwandten betroffen sind. Ja. Wie unterscheidet sich das zur Beratung bei der Scheidung? Da ist natürlich am Anfang meist sehr groß diese Betroffenheit. Entweder, weil ein langer Prozess des Sterbens vorausgegangen ist, der einfach sehr zehrend war für das ganze Familiensystem, oder weil es ein plötzlicher Tod war durch einen Unfall oder zum Beispiel durch einen Suizid, wo ganz viele Fragen dann offen sind und wo vielleicht auch ganz viel Wut im System ist oder Scham, weil es immer noch sehr schambesetzt ist, wenn sich ein Mensch das Leben nimmt, weil es immer noch so ein Tabuthema ist. Und da ist natürlich am Anfang ganz viel Betroffenheit da und viel Schwere im Vergleich zur Trennung, Scheidung in unseren Beratungen. Aber letztendlich für die Kinder, und das war ja so der Gedanke, das die am Anfang gemeinsam zu nehmen, in den USA noch, ist gar nicht so viel ein Unterschied von der Gefühlslage her. Sie sind genauso von Wut, Angst, Schuld und Trauer, eine allumfassende Trauer betroffen, sowohl Trennung, Scheidung wie bei Tod oder eben auch unser drittes Angebot, die psychische Erkrankung der Elternteile. Und daher sind diese Kernthemen eigentlich die gleichen, aber was bei der Trauer doch ganz anders ist, das ist, die Information, die bleibt die gleiche. Sie brauchen, Kinder brauchen einfach immer Information. Das ist ganz was Wesentliches, um sich an neue Situationen anzupassen. Im Trennung-Scheidungsfall um Trennung, rund um die Trennung aller Informationen, was bedeutet denn Scheidung, was bedeutet Trennung, was bedeutet Absorge, was bedeutet Gerichtsverfahren. Sie brauchen einfach Informationen. Und bei Tod, was bedeutet ein Sterben? Kinder haben noch nicht so ein umfassendes Todesverständnis, je jünger sie sind. Kleine Kinder mit vier, fünf Jahren verstehen noch nicht, dass ein Verstorbener nicht mehr kommt. Oder wenn der Papa jetzt tot ist, dann glauben sie, dem ist langweilig im Sarg. Der braucht was zum Spielen, der braucht was zum Essen. Also die haben noch nicht das Bild, wie 14-Jährige, das schon das vollständige Todesverständnis hat, das auch versteht, dass auch er selber oder sie einmal sterben wird und dass der Tote nicht mehr wiederkommt. Das hat erst ein Kind oder ein Jugendlicher im Alter von 12, 14. Das heißt, das muss man unter einem Verständnis erst einmal wirklich erklären, oder? Genau. Und was dann bei Trauer dann auch noch das Wichtige ist, ist es, über den Tod hinaus diese Verbindung zu halten. Also Trauer hört letztendlich eigentlich nie auf, weil ein Kind natürlich sich in jeder Lebensphase, in jeder Entwicklungsphase immer wieder mit dem Thema Tod beschäftigen muss, dass die Mama, der Papa sehr früh gestorben ist, in jeder Entwicklungsphase. Und trotzdem wird es lernen, auf diesen Wellen der Trauer zu surfen. Irgendwann einmal sind es vielleicht nur mal so ganz kleine Plätscher oder irgendwann einmal kommt wieder ein großer Schmerz, aber dann geht es wieder. Aber es begleitet ein Stück weit ein Leben lang, diese Trauer zu verarbeiten, und so früh die geliebte Person verloren zu haben. Aber das Wichtigste ist trotzdem, diese Verbindung über den Tod hinaus zu schaffen, wo immer die Vorstellung des Kindes, des Jugendlichen ist, des Erwachsenen natürlich genauso, wo die verstorbene Person jetzt ist. Macht ihr das auch in Gruppen? Ja, da ist es so, wir würden es prinzipiell anbieten, die Gruppen, was auch sehr unterstützend und stärkend für die Kinder ist, wenn wir die Gruppen haben. Nur aus unserer Erfahrung ist es so, dass sich die Familien recht rasch bei uns melden, wenn der Tod eingesetzt hat. Und da können wir die Kinder, weil sie so unterschiedlich reagieren, nicht gleich alle zusammentun. Und wenn die Kinder dann schon in einzelnen Stunden Familienbegleitungen bei uns waren, dann brauchen sie meistens die Gruppe nicht mehr. Und deswegen haben wir relativ wenig Gruppen, aber wir versuchen das immer mehr und immer wieder anzubieten. Und vielleicht jetzt auch, wenn wir wirklich dann unsere eigenen Räume haben, unsere neuen, dass wir das forcieren können, weil es, ähnlich wie wir es zuerst besprochen haben, für die Kinder nach Trennung, Scheidung total stärkend und unterstützend, ist unschützend. So ähnlich ist es natürlich auch für Kinder nach einem Todesfall bei Trauer. Du hast es auch jetzt gerade angesprochen, ihr zieht es jetzt um oder ihr seid schon umgezogen, oder? Wir ziehen erst um. Ihr zieht es erst um? Ja. Wir kriegen jetzt dann im Herbst, wir wissen es noch nicht ganz genau, neue Räume in der Bienenstraße, auf die wir uns unglaublich freuen. Ja. Das sind nämlich dann unsere eigenen ersten Räume für die Begleitung der Kinder. Okay. Und das macht einfach doch ganz was anderes aus, wenn wir da schön hergerichtete Räume haben, kindgerechter, wo man sich schon willkommen fühlt und wo man sich einfach ein bisschen aufgefangen fühlt, wie bis jetzt war man. Und für das sind wir auch sehr dankbar in meist kostenlosen Räumen, wie dem Haus der Begegnung oder von den ISD untergebracht in Innsbruck, wo wir wirklich froh waren, die zu haben. Aber da mussten unsere Kolleginnen halt immer mit Sack und Back anrücken. Verstehe. Und das ein bisschen kindgerecht herrichten. Und das wird halt ein großer Vorteil für unsere MitarbeiterInnen und für unsere Kinder und Familien, da einen Platz zu haben, wo nicht viel hergerichtet werden muss, das immer zur Verfügung steht und wo man das vielleicht auch gleich wieder vorfinden können, zum Beispiel, wie das letzte Mal. Klar, das macht schon sehr viel aus. Genau, es gibt Sicherheit. Ja, dann freuen wir uns mit euch. Danke. Ja, du hast den dritten Teilbereich auch noch angesprochen. Ja. Es gibt auch das Projekt Schattenstürmer, oder das sich um das Thema psychische Erkrankungen dreht, oder? Ja, genau. Psychische Erkrankungen der Elternteile. Wir sind auf den Namen Schattenstürmer gekommen, weil wir so überlegt haben, wie könnten wir denn die Kinder benennen, ohne sie irgendwie zu stigmatisieren. Und diese Kinder übernehmen unglaublich viel Verantwortung für die Familiensysteme schon sehr, sehr früh und stehen aber meistens mit ihren eigenen Bedürfnissen sehr im Schatten und können oft überhaupt nicht wirklich Kinder sein und müssen ganz früh schon auf Bedürfnisse wie andere Kinder spielen, Freizeit haben, einfach Spaß und Freude haben, verzichten, weil sie sehr unterstützend für ihre Familiensysteme sind. Und dann sind wir auf den Namen gestoßen, und dann sind wir aber erst im Nachhinein draufgekommen, dass das auch im Fußball anscheinend ein Begriff ist. Ich bin jetzt da weniger Fußball-affin, aber das sei anscheinend, so haben wir es nachgelesen, die Mittelstürmer, die so verdeckte Stürmer sind. Okay. Und das hat uns ja dann speziell für die Buben total gut gefallen, weil es ja wirklich eine tolle Sache ist, da eigentlich so ein verdeckter Stürmer zu sein. Ja, coole Parallele, oder? Genau. Um welche psychischen Erkrankungen geht es da eigentlich? Prinzipiell um alle Erkrankungen. Anfänglich haben wir die Suchterkrankungen ausgeschlossen, weil es da ein Parallelangebot von Caritas gegeben hat, das jetzt aber im Moment leider wieder nicht so ganz in die Gänge kommt, weil es einfach schwierig ist. Daher haben wir es eigentlich jetzt auch wieder mit reingenommen. Und daher eigentlich alle Erkrankungen, alle psychischen Erkrankungen, sei es Depressionen, Ängste, Persönlichkeitserkrankungen, bis hin eben zu Suchterkrankungen der Eltern. Und was lernen die Kinder da? Erst einmal haben sie einen Platz, wo vielleicht das erste Mal die Erkrankung erklärt wird. Ja. Wo es Worte für die Erkrankung gibt, wo wir versuchen, mit der ganzen Familie gemeinsame Sprache zu finden, dass sie sich auch untereinander austauschen können. Kinder nehmen oft Verhaltensweisen von Elternteilen wahr, merken, das ist ein bisschen komisch, wie sich die Mama benimmt, wie sich der Papa benimmt, haben aber keine Worte dafür. Ja. Da geht es wieder um das Thema Information, oder? Genau, genau. Und das machen wir dann mit der ganzen Familie, dass die ganze Familie zusammen den Eltern auf der gleichen Sprachebene ist. Und dann geht es um die Stärkung der Kinder. Ähnlich wie bei Trennung, Scheidung, bei Trauer, diese Gefühle auszudrücken, wahrzunehmen und auch zu unterscheiden, die sie selber haben und Worte dafür zu kriegen. Und dann bei den Schattenstürmerkindern geht es speziell auch um das, sich Hilfe holen zu können. Und auch ein Hilfssystem in Gang zu setzen, zu schauen, wo gibt es denn nur rundherum Nachbarn, Lehrpersonen, Tante, Onkeln, die man so in ein Unterstützungssystem einbeziehen kann, falls die Mama der Papas wieder schlechter werden, falls es wieder einen Klinikaufenthalt geben sollte, falls die Versorgungskette so nicht funktioniert, aber nicht aus Böswilligkeit des Elternteils, sondern einfach, weil es eben dem nicht so gut geht, dass das Kind auch die Möglichkeit hat, dann nach außen zu gehen, Hilfe zu holen, gestärkt zu sein, auch fürs nächste Mal gerüstet zu sein. Und daher sind diese Begleitungen auch nicht befristet oder so abgeschlossen, wie wir es eigentlich in einem Trennung, Scheidungsbereich haben oder auch bei Trauer, sondern wo wir sagen, bis sie großjährig sind, sie sich immer wieder bei uns melden können, was die anderen Kinder natürlich auch machen können, aber wo wir davon ausgehen, dass das vermehrt in Anspruch genommen werden wird. Wie alt sind die Kinder? Wir nehmen prinzipiell die Kinder ab 4 bis 18, wobei wir auch schon früher mit Kindern arbeiten, wenn sie sprachfähig sind, ja nur am Trauerfall zum Beispiel, oder wenn es massive Schwierigkeiten im Trennungsscheidungsbereich gibt. Bei den psychischen Erkrankungen der Elternteile ist eigentlich die Grenze bei 6 bis 8 Jahren von uns angesetzt, dass wir die Kinder gut begleiten können. Und trotzdem so Familiengespräche, so Aufklärungsgespräche, Informationsgespräche machen wir durchaus schon früher. Aber da geht es noch einmal mehr um dieses Elterncoaching, die Eltern da gut zu unterstützen mit ihren Kindern, Worte schon frühzeitig zu finden, dass es dann vielleicht in der späteren Folge eh schon leichter ist und auch ein Unterstützungssystem aufzubauen. Können dann die Kinder auch ihre Eltern in ihrer psychischen Erkrankung unterstützen? Wir versuchen natürlich, die Kinder so weit wie möglich rauszuhalten, dass sie da für die Eltern in irgendeiner Weise verantwortlich sind. Was aber letztendlich nicht ganz funktioniert, weil wenn die Mama sehr depressiv ist, dann kann es einfach sein, dass dann die Kinder vielleicht wirklich einkaufen gehen müssen, weil die Mama so nicht vom Bett, vom Sofa rauf wegkommt, dass die Kinder vielleicht kochen müssen oder irgendwas vorbereiten müssen, und dass sie vielleicht im Haushalt ein Stück weit mithelfen müssen. Aber wir versuchen, wie gesagt, so Systeme aufzubauen, zu schauen, wer kann denn sonst mithelfen? Vielleicht reicht es, dass ein Kind jemanden anruft, um die Hilfe zu kriegen. Aber das Wichtigste ist, handlungsfähig zu sein, dass diese Selbstwirksamkeit, dass die Kinder dann nicht erstarren, indem sie total überfordert sind oder sich sehr zurückziehen, weil sie sich eben auch sehr schämen für ihre Eltern oder das eben ein großes Tabu ist, immer noch. In unserer Gesellschaft generell, eine physische Erkrankung ist immer noch viel erlaubter wie eine psychische Erkrankung. Und das kriegen Kinder, auch wenn es nicht ausgesprochen wird, schon sehr, sehr früh mit. Ja, klar. Wie schaut es denn mit euren Mitarbeitern aus? Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn? Eigentlich hätten wir schon knapp 50 Mitarbeiterinnen in Tirol. Eigentlich deswegen, weil wir natürlich immer wieder Mitarbeiterinnen haben, die zum Beispiel Babypause machen, wo es berufliche Veränderungen gibt und sie aussetzen. Wir haben ungefähr immer so bei den 30, die aktiv sind, tirolweit, und die sind aber alle nur Teilzeit bei uns angestellt. Also bei uns ist es jetzt nicht ein Ehrenamt, wo sie gar nichts dafür gezahlt kriegen. Und trotzdem muss man sagen, das Gehalt ist bescheiden im Sozialbereich. Und natürlich als gemeinnütziger GmbH können wir da leider nicht mehr drüber zahlen, wie das, was sozusagen standardmäßig ist. Aber die wenigsten machen es wegen dem Geld, sondern das ist einfach mehr Herzarbeit. Aber natürlich, es wird bezahlt, es wird jede Stunde bezahlt für unsere Mitarbeiterinnen. Wir versuchen, andere Ausgleiche zu schaffen, aber der große Verdienst ist es nicht. Wie kann man denn bei euch mitarbeiten? Braucht man da eine spezielle Ausbildung? Wahrscheinlich schon. Ja, da sind wir leider sehr streng. Die Bezahlung ist sehr nieder, oder sehr nieder, eher am unteren oder nieder. Und unsere Voraussetzungen sind sehr hoch angesetzt, weil wir einfach mit sehr sensiblen Themen arbeiten. Klar, das ist eine wichtige Aufgabe. Genau. Aber wir sind multiprofessionell. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Also es sind nicht nur Psychologinnen, Therapeutinnen, Erziehungswissenschaftlerinnen bei uns tätig, sondern es sind genauso Kindergartenpädagoginnen, Lehrerinnen, Sozialarbeiterinnen bei uns tätig. Sie brauchen alle eine psychosoziale Grundausbildung, eine mehrjährige Erfahrung mit Kindern, und dann durchlaufen sie eine spezielle Rainbows-Ausbildung. Die beginnt mit dem Fachlehrgang nach Trennung, Scheidung, Verlust. Das sind drei Wochenenden, wo sich die Kolleginnen, die Neuen, intensiv damit beschäftigen, mit unseren Themen facheinschlägig, aber auch einen Selbsterfahrungsanteil dabei haben. Wie geht es mir? Wo sind vielleicht meine blinden Flecken? Wie habe ich vielleicht gewisse Sachen als Kind erlebt? Um da nicht in irgendwelche Fallen hineinzudappen. Und dann geht es weiter in die Ausbildung zur Gruppenleiterin, nach Trennung, Scheidung der Eltern. Da werden sie dann befähigt. Das sind unsere Ausbildungslehrgänge im pädagogischen Bereich. Da geht es dann um das umzusetzen, eben wie wir zuerst schon gesagt haben, wie wir in der Gruppe das machen. Es gibt immer einen Einführungsteil, einen Hauptteil und einen Ausklang. Da gibt es Methoden, wie man das umsetzen kann. Da lernt man einfach das methodisch sozusagen kennen, wie man das umsetzen kann. Man hat da auch seine erste Ausbildungsgruppe unter Leitung. Also die leiten tut man sich selber, aber unter Führung und Unterstützung einer Mentorin, einer Erfahrenen. Und man muss auch noch eine Abschlussarbeit schreiben. Und man muss nur einmal zwölf Stunden der Selbsterfahrung machen. Also wir haben da schon recht ein hohes Niveau. Weil uns das ganz, ganz wichtig ist, dass es einerseits natürlich die Kinder gut unterstützt werden, aber wir wollen auch für unsere Mitarbeiterinnen gut da sein. Und wir wollen nicht, dass die überfordert und mit schwierigen Situationen sind. Und daher verlangen wir auch, dass die Kolleginnen, die bei uns tätig sind, immer zuerst die Ausbildung zur Gruppenleiterin machen für Trennung, Scheidung, da Erfahrung sammeln. Und wenn sie dann noch Interesse haben, gerne auch weitergehen in den Trauerbereich, weil das einfach noch einmal viel der schwierigere Teil ist. Und da sind wir schwieriger insofern, dass die Themen einfach schwerer sind. Und da ist es uns ganz, ganz wichtig, dass die Kolleginnen auch nicht ausbrennen und ihnen zu viel zugemutet wird. Und daher haben wir da ein gewisses Alterslimit, wo wir schauen, dass sie nicht zu jung sind, dass sie nicht zu überfordert sind mit diesen Bereichen. Und bei psychischer Erkrankung eines Elternteils, da haben wir im Moment nur interne Austausche und Weiterbilder. Und das sind im Moment wirklich nur Kolleginnen, die Psychologinnen sind oder bereits lange Erfahrung haben oder Trainerinnen sind, die in dem Bereich tätig sind. Aber das wollen wir letztendlich auch umsetzen in einem ähnlichen Curriculum, wie wir es auch in den anderen Bereichen haben, um da auch Mitarbeiterinnen gut zu schulen. Nur wir sind da die Einzigen in Österreich, die das anbieten. Und daher geht das jetzt vielleicht nicht ganz so schnell weiter, wie wenn wir es österreichweit machen würden. Sprecht Sie dann auch untereinander sehr viel über das eine oder andere Erlebte? Ja, ja. Also meine Aufgabe als Landesleiterin ist immer ganz viel, schauen auf die Mitarbeiterinnen, wie es ihnen geht. Und mir ist immer ganz wichtig, dass jede Kollegin sich bei mir jederzeit melden kann, wenn sie irgendwo ansteht mit einem Fall, dass sie da Intervision mit mir machen kann, dass wir da gemeinsam schauen können, wie es ihr gerade in der Situation geht. Oder natürlich auch externe Unterstützung durch Supervision, die wir durch andere Fachpersonen haben, ist auch immer möglich. Also es ist für uns ganz, ganz wichtig. Und der interne Austausch, wie du es gesagt hast, von dem leben wir. Also das Team, das ist der Schatz für unsere Arbeit. Und das ist auch das, was man immer wieder rückmeldet kriegt, bei unseren Mitarbeiterinnen-Gesprächen, wie sehr sie das schätzen, diesen Austausch und diese herzliche, offene Art, die wir in unserem Team haben. Ja. Wie sieht denn sonst dein Tätigkeitsbereich aus? Wie schaut dein Alltag rundherum aus? Ja, im Moment habe ich den Journaldienst. Wir sind über den Sommer immer reduziert, weil man unter dem Jahr, so unser Arbeitsjahr beginnt eigentlich im September und endet dann mit Anfang der Ferien. Ach so, im Schuljahr quasi. Ja, genau, im Schuljahr arbeiten wir und dann versuchen wir immer über den Sommer so ein bisschen, dass wir da unseren Urlaub abbauen und unsere Batterien wieder alle auf der tanken. Und da habe ich jetzt im Moment den Journaldienst. Das heißt, alle Telefonen sind auf mich geschalten und im Moment tue ich ganz viel telefonieren. Je schöner das Wetter ist, desto weniger Anfragen sind. Ah ja. Wobei jetzt merkt man schon, dass jetzt wieder die Schule bald startet. Also es sind schon viele wieder in Vorbereitung und daher ist auch jetzt nicht ruhig, sondern auch relativ viel los. Und das haben mir die Kolleginnen auch gesagt, dass es eigentlich den ganzen Sommer relativ viel war. Ansonsten ist mein Alltag halt so, dass ich ganz viel schaue mit, was sind für direkte Anfragen von an mich gerichtet, Leitungstätigkeiten. Ich bin ja auch im Gremium der Landesleiterinnen in ganz Österreich tätig, zu schauen, was braucht man für Veränderungen, was braucht es österreichweit. Ich bin auch immer im Austausch mit unserer Chefin, die den Vorsitzenden in Graz hat, eben regelmäßigen Kontakt. Dann haben wir regelmäßige Treffen, alle Leiterinnen zusammen, um zu schauen, wo geht es hin, was haben wir gemeinsam an Herausforderungen zu stemmen, wo müssen wir Neuerungen setzen, wo müssen wir vielleicht neue Angebote oder etwas nachschärfen, Foldergestaltungen. Es ist so vielfältig, unsere Tätigkeit als Leiterinnen, bis hin zu den Finanzierungen natürlich, weil wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir sind unterstützt vom Bund, vom Land, von Stadt und diversen Städten und Gemeinden. Und natürlich ist es auch ganz viel mit Politikerinnen, Gespräche führen, sie immer wieder auf uns hinweisen. So ist es letztendlich auch gelungen, uns ein neues Büro zu kriegen. Also es ist ganz viel auch Vortragstätigkeiten, Interviews führen, Podcast ist es der erste, aber alles in die Richtung Marketing, Werbung, aber natürlich auch im Krisenfall jetzt in Schulen zu gehen, wenn jetzt keine andere Kollegin Zeit hat, da jetzt eine Krisenintervention zu machen zum Beispiel. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Bund gefächert, ja. Ja, wie der Regenbogen. Ja, passt gut, ja. Barbara, ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage für dich. Und das ist unsere Standardfrage, die bekommt jeder Gast bei uns gestellt, nämlich die Frage nach dem Lieblingsplatzl. Was ist denn dein Lieblingsplatzl in Tirol? Ja, ich komme aus Reit bei Seefeld und ich bin sehr naturverbunden und für mich ist die Natur eine ganz wichtige Ressource, um abzuspannen, um Energie aufzudanken. Und da gibt es einen ganz speziellen Platz bei uns in so einer Lichtung in einem Lärchenwald, der so geschützt ist und gleichzeitig ganz, ganz offen. Und das ist so ein wirklicher Energieplatz für mich und den liebe ich sehr. Und den suche ich öfters auf, sowohl im Sommer wie im Herbst, wenn es so orange leuchtet, ist es wunderbar, aber auch im Winter, es ist einfach wirklich ein ganz schöner Platz. Das ist einfach ziemlich ein Geheimtieb. Ja, genau. Ja, schön. Barbara, vielen Dank fürs Kommen. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir auch solche Themen vor den Vorhang holen. Vielen Dank. Sehr gerne. Es war für mich auch sehr angenehm. Danke. Jawohl. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Dabeisein. Alle unsere Folgen gibt es natürlich auf unserer Webseite meinbezirk.at slash Tiroler Stimmen. Hören Sie in die bisherigen hinein und lassen Sie sich von den neuen Folgen immer ab Dienstag überraschen. Die Nachrichten aus Tirol, Ihre Region und aus Ihrer Heimatgemeinde lesen Sie online auf meinbezirk.at slash Tirol und in der Printausgabe der Bezirksblätter Tirol ab Mittwoch in Ihrem Postkastel. Danke und bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020